Woh! Woh! Sind Sie Klimaleugner-Sender, ist das so? Die Wissenschaft hat es klar berechnet, dass wir auf eine 3 bis 4 bis 5 Grad wärmere Welt zu steuern, wenn wir jetzt nichts ändern. Natürlich stimmt nicht alles, aber 99,9% sind sich da einig, dass die Klimakrise unser Leben bedroht. Man muss nicht Auto fahren und schon gar nicht SUV. Aber die Wissenschaft ist sich einig daran. In den letzten Millionen Jahren interessiert ja nicht.